Hi Leute! Ja, ich hab grad einen Fehl... Ich hab grad einen Fehl... Fehler und hab einen Pizze gegangen. Ich hatte keine Waffe und so. Also... Ja, alles was war so ungefähr unsichtbar. Und ja... Oh, das dachte ich schon. Ihr seht richtig. Erstmal Läge 3 und Kopfhörer. Und was passiert, wenn man Läge 3 ist? Deadly Games! Und ja, es ist gewaltig... Grand, grandios gewaltig kein Thema. Ich frag mich, warum in letzter Zeit nicht so oft... Happy Wheels... Er sagt schon Happy Wheels... Happy Wheels... Battlefield ist mal ein Pixelgang... Pixelgang kommt... Pixel... Pixelgang kommt... Und ja, und das liegt... Weil... Leute... Schule... Ist auch eigentlich klar. Toll, ja ne? Nein. Bitte nicht noch mal sterben! schau es ist der täter schmier ich werde schnell spielen ja leute es wird so gut im pixel ganz bitte nicht nichts besseres zu tun Und hier. Du. Uh. Ich hasse es immer, wenn ich dann so früh sterbe. He, Leute. Jetzt werde ich aber gewinnen. Bitte nicht map night. Bitte nicht map night. Ach Gott, diesen map. Für Spieler. Oh, von denen alle bin ich am höchsten Rang. Mit DJ Toxic. Und night map. Ach, egal. Ich lese jetzt nicht alle vor. Wir sind jetzt auf dem höheren Rang. Wie sehen die alle aus? Uh, sie sehen geil aus. Aber eh, sie sehen geiler aus. Was hab ich? Ihr seid alle am Arsch. Kommt her. Kommt her. Oh, nein. Scheiße. Schau mal, ob er stirbt. Och, Mann, Alter. Wie oft sterbe ich. Nein, ich hasse so wilde, dunkle Möps. Ich weiß nicht warum. DJ Toxic. Ich muss einfach mal welche machen. Und... Ich fasse gleich aus. Nein, ich hasse diese, weil die einfach so scheiß, scheiß dunkle Möps. Aber die Musik ist geil, das muss ich so nehmen. Miki, den hab ich doch gerade getötet. Player, den hab ich auch gerade gesehen. Nein, hab ich nicht. Ich trage jetzt nicht Tee. Ich trage jetzt nicht Tee. Was hat er? Uh. Ich raste gleich aus. Ich raste gleich aus. Nein. Ich bleib ruhig. Ich bleib ruhig. Ich bleib ruhig. Ich raste gleich aus. Team. Team. Closed. Closed. Ach, zum Glück. Kevin. Wurzeln G G G G Ihr könnt mir auch so ein Challenge Ähm In die Kommentare schreiben Wuh! Wuh! Ah! Voll ausgewählt, aber abgewählt voll abgewertet was ist herr vor abgewertet alter was willst du gegen mich tun da schaffst du louis du hast mich getötet jetzt musst du den anderen töten welche sind noch alles da hier los war den anderen Leute, ihr seid ein geiler Born Unity. Born Vita, ganz alleine. Da ist doch ein, oh, da sind noch drei, zwei. Das ist, okay, jetzt übertraubt, nicht, ach egal. So ist es seine Kiste, nein, ist es seine Kiste, das ist fies, mache ich nie. Nein! Oh nein! Oh, man kann hier raus? Das ist gar nicht. Ich muss, ich muss hoch. Geht sie hoch, gut. Damit ihr es also weiter schneiden könnt. Okay, hier geht es doch nicht hoch, aber dann gehe ich mal hier. Ja, hier ist neulich mal. Puh! Oh! Schau, es ist gleich raus, Leute. Wie gesagt, ihr könnt mir ein paar Challenges in die Kommentare schreiben. Schau, ich muss hier rausziehen. Okay. Ja Leute, was für Thema habe ich denn noch? Oh ihr habt das Spiel Deutschland gegen Ghana, Götze erstmal, Kopf, Knieto, was los? Ich knaue dann, da verliere ich ein Herz, weil er mich mit einem Messer absticht und das will ich nicht. Nein! Nein! Ich hatte so eine geile Waffe und dann bin ich einfach so gestorben. Scheiße, was ist das? Erstmal Waffe und dann weglaufen. Das ist also meine Taktik. Waffe holen, weglaufen. Das wäre gut, wenn es dann noch einen Sniper hätte. Jetzt ehrlich. Beklebe. So. 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 k nun gut mit dem schmerzlichen noch zwei herzen die kaufspaus und schoss das noch tun da ist jemand Oh, Headshots! Was hat der? Oh, danke. Oh, was ist da drin? Herz! Danke. Ein Herzmaß besser als ein Herzmaß. Herz-Winker. Oh, Scheiße. Ist hier irgendwo eine Truhe? Da sind doch am meisten Truhen, oder? Let's we roll left! Scheiße, ich werde die so zum Sterben. Nicht wieder Navatöten. Oh, Gott. Wir sind alle. Ich habe gerade totaleichen. Ich habe sowas von Angst. Er könnte ihn... Was ist da drin? Jetzt. Scheiße! Oh, ich mag's nicht, wenn das durch dann... Wenn es hell wäre, dann hätte es... Ach, dann war's nur Beiler. Aber es muss hier immer so gröde dunkle Maps geben. Da hat er eine Tour, glaube ich. Ja, da ist er eine Tour. So. Den hole ich noch. Ach, noch 3 Prozent. Ich muss leider aufhören mit dieser Folge, weil mein Akku noch 3 Prozent hat. Und hier ist man schnell aufladen, bis morgen ausgeht. Und ja, tschüss Leute. Oh, das war krass. Ja, tschüss Leute. Und tschüss!